Viele von euch haben gefragt, welche Hunderassen besonders anfängerfreundlich sind. Wenn ihr also gerade überlegt, euren ersten eigenen Hund zu adoptieren oder zu kaufen, dann seid ihr hier goldrichtig. Wir schauen uns heute sieben Hunderassen an, die sich aufgrund ihres freundlichen, geduldigen und anpassungsfähigen Wesens perfekt für Ersthundeeltern eignen. Ob ihr nun in einer gemütlichen Stadtwohnung lebt oder ein großes Haus mit Garten habt, es ist für jeden Topf der passende Deckel dabei. Also, lasst uns keine Zeit verlieren und direkt loslegen. Heute geht's rund um die besten Hunderassen für Anfänger. Den Anfang macht der Golden Retriever. Diese Rasse ist bekannt für ihr freundliches und geduldiges Wesen. Golden Retriever sind unglaublich sozial und lieben es, Zeit mit ihren Menschen zu verbringen. Sie sind außerdem sehr geduldig, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Familien mit Kindern macht. Golden Retriever sind auch sehr intelligente Hunde, was das Training zum Kinderspiel macht. Diese Kombination aus Intelligenz und Freundlichkeit macht sie zu einer der beliebtesten Hunderassen weltweit, besonders bei Anfängern. Wenn ihr einen Hund sucht, der sowohl aktiv als auch verschmust ist, könnte der Golden Retriever genau das Richtige für euch sein. Der Labrador Retriever ist eine weitere fantastische Wahl für Anfänger. Labradore sind bekannt für ihre Intelligenz und ihre Anpassungsfähigkeit. Sie sind extrem lärmwillig und eignen sich hervorragend für die verschiedensten Aktivitäten, egal ob ausgedehnte Spaziergänge im Park oder gemütliche Abende auf dem Sofa. Ihre Vielseitigkeit macht sie zu perfekten Begleitern für unterschiedliche Lebensstile. Darüber hinaus sind Labrador Retriever sehr freundlich und sozial. Wenn ihr einen aktiven, intelligenten und anpassungsfähigen Hund sucht, ist der Labrador Retriever eine ausgezeichnete Wahl. Kommen wir nun zum Pudel, einer Rasse, die in drei Größen erhältlich ist. Toy-Miniatur und Standard. Pudel sind bekannt für ihre hohe Intelligenz und Lernfähigkeit, was das Training sehr angenehm macht. Ein weiterer großer Pluspunkt des Pudels ist sein hypoallergenes Fell, was ihn zu einer großartigen Wahl für Menschen mit Allergien macht. Außerdem sind Pudel sehr anpassungsfähig und können sowohl in kleinen Wohnungen als auch in großen Häusern glücklich sein. Der Berner Sennenhund ist eine ruhige und freundliche Rasse, die sich hervorragend für Anfänger eignet. Diese Hunde sind bekannt für ihr sanftes Wesen und ihre Loyalität gegenüber ihren Besitzern. Berner Sennenhunde sind auch relativ pflegeleicht, obwohl sie ein dickes Fell haben, das regelmäßig gebürstet werden muss. Wenn ihr einen großen, aber sanften Hund möchtet, könnte der Berner Sennenhund die perfekte Wahl für euch sein. Der Bichon-Frisée ist eine kleine, freundliche Rasse, die wie geschaffen für Anfänger ist. Diese Hunde sind bekannt für ihre fröhliche und verspielte Art. Trotz ihrer geringen Größe haben sie viel Energie und lieben es, zu spielen und zu toben. Ein weiterer Vorteil des Bichon-Frisée ist, dass er kaum hart und relativ pflegeleicht ist. Wenn ihr einen kleinen, freundlichen und pflegeleichten Hund sucht, ist der Bichon-Frisée eine ausgezeichnete Wahl. Der Malteser ist eine weitere kleine Rasse, die sich perfekt für Anfänger eignet. Diese Hunde sind bekannt für ihr langes, seidiges Fell und ihre freundliche Art. Malteser sind sehr anhänglich und lieben es, Zeit mit ihren Menschen zu verbringen. Ihre geringe Größe macht sie auch ideal für Menschen, die nicht viel Platz haben. Wenn ihr einen kleinen, lieben und pflegeleichten Hund sucht, ist der Malteser eine hervorragende Wahl. Der Papillon, auch bekannt als Schmetterlingshund, ist eine unglaublich intelligente und freundliche Rasse, die sich hervorragend für Anfänger eignet. Diese kleinen Hunde sind bekannt für ihre auffälligen, schmetterlingsförmigen Ohren und haben eine verspielte und fröhliche Art. Papillons sind sehr lernwillig und lieben es, neue Tricks zu lernen. Wenn ihr einen kleinen, intelligenten und aktiven Hund sucht, ist der Papillon eine ausgezeichnete Wahl. So, das war's für heute. Wir haben uns sieben fantastische Hunderassen angeschaut, die sich besonders gut für Anfänger eignen, den Golden Retriever, Labrador Retriever, Pudel, Berner Sennenhund, Bichon Frisee, Malteser und Papillon. Jede dieser Rassen hat einzigartige Eigenschaften, die sie zu idealen Begleitern für Ersthundebesitzer machen. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr bereits einen Hund habt oder welche Rasse euch am meisten anspricht. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein zukünftiges Video verpasst. Bis dahin, passt auf euch und eure Vierbeiner auf und wir sehen uns im nächsten Video.